Deine Prophezeiung hat sich als wahr erwiesen Ihre Schönheit lässt mich erblassen Danke für all eure Kommentare Darf ich euer Telefon benutzen? Bringt mich zu eurem Anführer Take me to your leader Das ist einfach ihre Art Bist du sicher, dass es keine Möglichkeit gibt? Du gehst in die falsche Richtung Faber schrieb Bücher über Insekten Ich habe um die 50 Höcken gezahlt Ungefähr zehn Leute warten Worum geht es in dem Brief? What is the letter about? What is the letter about? Es ist etwa zwei Meilen It's about two miles Auf dem Land gibt es viele Bäume Viele Wege führen nach Rom Many ways lead to Rome Der Reiche hat viele Freunde The rich have many friends The rich have many friends Sie kennt viele Volkstänze She knows many folk dances She knows many folk dances Vielen Dank für das Essen Da habe ich gerade geduscht. Wofür brauchst du das Geld denn? Then, what do you need the money for? What do you need the money for? Was hast du dann gemacht? What did you do then? Wir haben auch ihnen geholfen. We helped them as well. Er lehrte sie, wie man Schiffe steuert. He taught them how to sail ships. He taught them how to sail ships. Ich bin ihnen dankbar. I am grateful to them. Manche Dinge werden hässlicher, wenn man sie sauber macht. Some things get more hideous, when you clean them. Wir werden sie bald besuchen. Schreibt er englische Briefe. Er kann lesen und schreiben. Kann er dieses Schriftzeichen schreiben? Kann er dieses Schriftzeichen schreiben? Kann er dieses Schriftzeichen schreiben? Würde nicht wieder hier bleiben? Ich wünschte, der Regen würde aufhören. Ich wünschte, der Regen würde aufhören. Würdest du gerne kommen? Möchten Sie eine Zigarette? Magst du die Kunst der Renaissance? Wem sieht er ähnlich? Who does he look like? Warum bist du so müde? Why are you so tired? Also, was ist dein Problem? So what's your problem? Wir essen, damit wir leben. We eat so we can live. We eat so we can live. Er war krank, deshalb konnte er nicht kommen. Ich war sehr müde, deswegen schlief ich sofort ein. Diese stiefel gehören ihr. Diese Stiefel sind nicht bequem. Diese Schuhe sind zu eng Lern diese Namen auswendig Wie geht es dir diese Tage? Sie lächelte ihr Baby an Ihre Zensuren haben sich deutlich verbessert Mary liebt ihren Bambuszaun Ich arbeite mit ihrem Freund zusammen Das Mädchen ähnelte seiner Mutter Wir müssen weit gehen Wenn die Sonne der Kultur tief steht Werfen selbst Zwerge große Schatten Der Chef hat den ganzen Monat auf dem Hohen Ross gesessen Immer machst du so einen Unsinn Warum lässt Katzen Minze Katzen verrückt werden? Ich bringe Maria gerne zum Lachen Er kann keine Entscheidung treffen Man kann solche Dinge nicht überall finden Die ganze Sache sieht verdächtig aus Das passt mir gar nicht in den Kram Dieserlei Dinge liegen mir nicht Unschuld ist eine schöne Sache Lass mich deine Wunde sehen Darin erkenne ich seine Handschrift Ich habe nichts gesehen Ich habe nichts gesehen Man kann den Unterschied leicht erkennen Sie hat ihm ein Buch gegeben Sie war so dumm und hat es geglaubt Sie war so dumm und hat es geglaubt Sie sang besser als er Es war nicht notwendig Seinen Rücktritt zu fordern Die Polizei hat ihn geschnappt Die Polizei hat ihn geschnappt Die beiden Straßen treffen sich hier Die beiden Straßen treffen sich hier Ich habe zwei Paar Hosen gekauft Der Mann verband zwei Drähte Der Mann verband zwei Drähte Deine Prophezeiung hat sich als wahr erwiesen Your prophecy has come true Sie sieht freundlich aus She has a friendly appearance Der Spiegel auf einer Puderdose Die ich von einem Freund bekommen habe Ist zerbrochen Der Schnee hat zu schmelzen begonnen Für mich sehen sie alle gleich aus Schau zum Himmel hoch Look up to the skies 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 Untertitelung des ZDF, 2020